Der mutmaßliche Attentäter von Utrecht hat die tödlichen Schüsse gestanden. Der Mann habe zudem erklärt, allein gehandelt zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur AP. Das Motiv werde noch untersucht. Verdacht auf terroristisches Motiv Die Staatsanwaltschaft legt dem 37-jährigen Göp Mentee mehrfachen Mord oder Totschlag mit terroristischem Motiv zur Last. Er hatte am Montag in einer Straßenbahn in Utrecht um sich geschossen. Drei Menschen waren getötet und drei weitere schwer verletzt worden. Bei dem Verdacht des terroristischen Motivs stützt sich die Staatsanwaltschaft auf ein Schreiben, das im Fluchtauto gefunden worden war. Das Schreiben war nicht veröffentlicht worden. Allerdings wird auch untersucht, ob psychische Probleme ein Motiv sein könnten, kombiniert mit einer radikalisierten Ideologie. Die Menschen waren gemisch. Das Schreiben war nicht verletzt worden.